willkommen bei einer neuen sendung heute mal wieder unterwegs bei einem run zu gut ich bin jetzt gerade irgendwie heute bei run nummer 91 und angefangen habe ich am 31 januar das heißt ihr könnt euch vorstellen wie viele tage ich in etwa gerannt bin und wie viele pausen ich insgesamt hatte also fast gar keine ziemlich cool und wir starten heute gleich run 91 ist ganz cool ich habe bis jetzt höchst schon recht viel angesehen auch drumherum zur richtung schwannheimer düne schwannheimer wald richtung flughafen dann aber auch ein bisschen richtung taunus und ja so sostenheim genau und da laufe ich mal so ein bisschen rum wie ihr seht hier habe ich auch eine kleine tüte da packe ich dann immer zu besonderen mührein also sowas ganz spezielles hier nicht alles mögliche sondern nur so bunten plastik und dinge die ich dann vielleicht noch verwerten kann schrauben und so ein buntes messer so meine freunde und auf jeden fall habe ich jetzt so knapp die 410 kilometer bisher geschafft voll krass ich glaube ich bin auch noch nie so viel gerannt vorher bin ich richtig stolz drauf und vor allem ist das coole daran dass ich jetzt eigentlich so immer so ein bisschen bock habe selbst los zu gehen muss mich jetzt nicht mehr so sehr stressen muss mich jetzt nicht mehr so sehr zwingen das wirklich manchmal so ein drang kann das mal losgehen spürst du deine beine du spürst den muskelkarten auch in den beinen aber irgendwie hast du bock während ich so unterwegs bin sammle ich ja diesen müll ein und wieder und denke ich so ganz interessante grünen anlagen hier gibt es so manchmal auch so verschiedenen höfen irgendwelche blöcken wer jetzt meine place sieht in der app dem sollte auch klar sein dass ich sozusagen hin und wieder mal so eine kleine pause macht sachen entdeck mir ansehen da habe ich dann nicht die zeit die ganze zeit die app wieder auszuschalten und so und dann habe ich noch zwei neue projekte angefangen dass mir die teaser ich mal ganz kurz an und zwar ich bin nicht so der so der rennfreund dass ich unbedingt irgendwie los starten muss möchte rennen ist an sich so ist es ziemlich langweilige sache finde ich und deshalb habe ich mir zwei neue ideen überlegt zwei neue projekte wo ich aktiv videos zu produzieren kann indem ich mir dann aktiv ziele raus suche ja und mich dann auch besser anspornen kann da dann los zu gehen weil ich dann wieder was einsammeln möchte auf jeden fall ein format was so nicht auf diesen kanal passen würde weshalb ich mir gedacht habe machen meinen eigenen kanal gibt es noch eine andere kleinigkeit die ich die ganze zeit mache und zwar sammle ich dinge auf google maps das letzte mal wo ich irgendwie vor längerem angefangen habe hatte ich so knapp 1500 ich glaube mit 1500 kam ich nach frankfurt so meine freunde wieder ein kleines neues teil gefunden vielleicht hat es der ein oder andere erkannt was es das war sind das zu kleine metallstäbe die von den reinigungs wegen abfallen die ganzen kehrwegen haben eigentlich metall borsten und die fallen halt dann hin und wieder aus diesem ding waren sind krass wenn ihr genau mal auf dem boden schauen würde nur mehr kriegen so viele fragt mich auch wann das wird irgendwann gelöst wird aber man kann sich auch überlegen würde man plastik borsten nehmen hätte man gar mehr probleme über einen kilometer hoch heute laufen wir mal ein bisschen in richtung sossenheim heute wollte ich mal ein bisschen zu nidda so ein bisschen zu einem kreuz wo die autobahn aufhört und so eine wasserschleuse ist glaube ich dann von dort aus richtung höchst rein laufen und auf jeden fall und noch mal auf das thema von vorhin zurück zu kommen sammle ich dinge auf google maps hatte anfänglich als ich nach frankfurt kam 1500 bilder hochgeladen und das sind mittlerweile 1000 1650 oder 1000 700 fast schon so kram so unordentlich zurücklassen können verstehe ich glaube ich nicht hier gerade am höchster friedhof ein sehr sehr schöner friedhof hier schon der taunus meine bräune schon wieder und kicker sind wir gerade in sossenheim angekommen sieht aber gleich die grenze direkt am brünnchen das ist so eine kleingartenanlage das brünnchen ist eigentlich glaube ich eine gaststätte und drum herum ist die kleingartenanlage hier alles ziemlich schön grün vier kilometer gejoggt nur noch zwei drei kilo vier juli 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich finde es so interessant, wie viele Sachen hier immer so verteilt sind, so beschriftet. Da gibt es immer irgendwas zu lernen hier in Frankfurt. Das ist total gut. Vielleicht ist mir das Nürnberg gar nicht so aufgefallen oder es ist auch gar nicht so viel zu entdecken. So meine Freunde, nicht mehr lang, dann haben wir es geschafft. So meine Freunde. Da vorne kommt schon die Autobahn. Das bedeutet, wir befinden uns schon ganz, ganz nah an der Nidda. Boah, was für ein geiles Wetter. Ich glaube nur noch einen Kilometer und dann haben wir es geschafft. Heute knacken wir nämlich die sieben Kilometer, meine Freunde. Januar mit 2,64 angefangen. Jetzt schon die sieben. Aber ziemlich interessant, zumindest hier in dem grünen Gebiet, in der grünen Anlage da bei Sossenheim, gibt es fast keine Masken. Das ist schon mal ein Kilometer. Ja, ein Kilometer noch. Boah, ist so cool. Und ihr seht, die ganze Zeit hat natürlich so einen kleinen Stückchen länger gebraucht. Braucht auch grundsätzlich halt, sagen wir mal so 10, 15 Minuten länger, als es normal bräuchte. Aber dafür nimmt man halt immer ein bisschen Stück Müll mit und schafft alles so ein bisschen einen Ticken sauberer zu machen. Und ihr müsstet euch ja überlegen, was passieren würde, wenn alle Runner das anpacken würde. Aber es ist ja auch nicht deren Aufgabe. Yo, meine Freunde, checkt mal aus, was wir hier alles gefunden haben. Ist das krass. Das ist nicht so übertrieben viel und ich habe ja auch erst so in der Mitte angefangen zu suchen. Aber es sind schon mal so, glaube ich, so 10, 15 Masken. Wir wissen ja alle, wir tragen die Masken immer so und da oben ist ja was, was wir knicken können. Das geht ja nur, weil da oben was drin ist. Wir schmeißen diese ganzen Masken hin. Die sind halt nicht nur aus diesen Stoffmaterialen. Die sind auch noch aus verschiedenen Materialen, so das so schon. Aber da überall steckt so ein fast doppelt so großes Stück wie als bei Brotverpackungen, liegen da alle mit. Wenn jetzt die Masken alle weggeschmissen werden, dann hängt ja das Ding mit drin. Ihr habt gerade gesehen, wie ich es rausgemacht habe. Könnt ihr euch vorstellen, dass sich irgendjemand die Mühe geben sollte, dieses Ding wieder rauszumachen? Ich glaube nicht. Und deswegen sollte man sich halt vielleicht überlegen, dass wir auch vielleicht einen Weg finden, diese Sachen zu recyceln. Und dass wir uns klar sind, dass jeder, der das irgendwie macht, trägt einen Beitrag zu dem Ganzen bei. Und ja, so, das war es heute von der Folge. Ich hätte gesagt, vielleicht lasst ihr mir mal zurück, was ihr so treibt während der Pandemie. Habt ihr auch mal ein paar Cleanups gestartet. Und ich hätte gesagt, wir machen uns das mal gleich auf den Weg. Da vorne ist die Nidda. Geht's los und wir laufen bis nach Höchst zurück. Das sind, glaube ich, so vier, fünf Kilometer. Das sind, glaube ich, so vier, fünf Kilometer.